Einen wunderschönen guten Tag meine lieben Freunde, hier ist wieder euer Uldi von ImmerunLimit und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte hier fortzuführen. Wir sind hier auf dem Weg zum nächsten Checkpoint Und ja, ihr seht, es ist schon wieder dunkel Und es sind schon wieder ganz schön viele Freaks unterwegs Die kommen ja nachts raus, da gehen sie jagen Aber uns müssen sie erstmal kriegen, würde ich sagen So, haben wir Ah ja, da Da komme ich eigentlich, öppala Da komme ich eigentlich gerade her Haben die mich gesehen? Hoffentlich So, hier drüben Da sind ein paar Reaper oder Ripper Oder wie auch immer Machen wir natürlich kalt Die hellsten sind sie auf jeden Fall nicht Oh, wo ist der Nächste? Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ah ja Was ist denn das für ein Gas, sag mal Ja, auf jeden Fall Gut, dass uns weh Oh Oh, den Freaker, den Hol ich mir noch Jawohl So, und hier hinten hat man noch eine Leiche Die konnte ich noch Plündern Verband Okay, ich glaube, das war's schon Mehr gab's hier gar nicht zu holen, oder? Nicht wirklich Okay, auf zum Bike Ihr merkt schon, wir kriegen hier einen Auftrag nach dem anderen Man muss hier echt flink sein, um hier abzuarbeiten 1,4 Kilometer So, da hinten sind auf jeden Fall noch Nester Die ich hier auch noch ausräuchern kann Oh, hier ist eine Tankstelle, Freunde Ich muss das infizierte Gebiet hier noch ausräuchern Oh, das ist aber wirklich ein Riesengebiet hier zum Ausräuchern Ich schätze, ich komme später zurück und beende meine Arbeit hier Bin die nachts besser sehen? Ich weiß es nicht Ah, kann ich das gar nicht ablegen? Okay, hier haben wir 50 Schuss Okay, wir schleichen uns mal von hinten ran und dann werden wir mal die Nester hier Ach, verdammte Axt Oh, schön die Öhrchen einsammeln Hier gibt es jetzt vier Nester Das ist natürlich echt mies Guck mal, wo die Nester sich befinden hier Oh Gott, das sind echt viele hier Echt viele Ach, hier waren wir schon mal Ich weiß, dass du unser Camp unterstützt Ja, ich wollte mich nur bedanken Okay, jetzt kommen diese Mistviecher wahrscheinlich Okay Ist zerstört Oh, das sind aber einige Ist natürlich jetzt die Frage Alter, sind das viele Ob das jetzt Diese drei Nester schon waren Kombiniert hier in einem Gebäude Oder ob es hier noch mehrere Dinger gibt Muss mal gucken Ah, nee, da hinten sind auf jeden Fall noch Nester Ich versuche hier mal irgendwie Schleichmäßig hier durchzukommen Ohne dass ich hier großartig Mistviecher mitnehme Aber das sind echt viele Okay Drüben ist Auf jeden Fall ein Vieh Warte mal Zack Ah, das ist eine Bombe, Mann Die rennt jetzt da alle runter, ne Mein Gott, Alter Sind die hübsch, ey Okay, hier ist noch ein Nest Hier ist ein Lappen Hier ist ein Lappen Okay, hier können wir zum Beispiel noch was reinschmeißen Äh, ich hab das andere gar nicht getroffen Okay, warte Ah, hier ist einer Ah, fuck, fuck, fuck Okay, kurz mal healen Und nochmal healen Ist natürlich die Frage, ob wir Ja Ob wir tatsächlich Oh Gott Oh, fuck, 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 fuck Oh Mist Oh Mist Halt Molotow Das ist für mich Ah Wir werden einfach mal rennen Hier, die sind alle Mission abgeschlossen Okay Oh, ihr müsst aber rennen, mein Freund Du musst rennen Ich muss zurück zum Bike Da ist mein Bike Und kurz mal Heilung Und dann Auf geht's zum nächsten Checkpoint Oh man Ich hoffe, die haben jetzt wirklich Alter, sind das viele Guckt euch das an Innen rum Fahre ich über einen Haufen Oh nein Nein, jetzt müssen wir da wieder durch Ah Das war der Tunnel vom Anfang Genau Hier, was hat man hier Das war seine Mama Dicken Hände Ey, Coop Der Kerl, den ich suche Wen hat der getötet? Warum fragst du? Es geht doch nur um den Job, oder? Hör zu, das Das ist mir absolut egal, okay? Ich will nur ihren Namen Wen, Coop? Einer von ihnen hieß Randall Er war fast ein Jahr lang im Camp Die anderen beiden kannte ich nicht Soll ich nachfragen? Nein Das ist gut so Da ist er ja Ah Biker-Kopfgeld Deinem Kopfgeldziele Werden sich wehren Andere werden fliehen Verfolge deine Zielperson Und fang sie lebendig Um den Job zu erledigen Idealerweise schießt du auf ihr Bike Oder rammst es Zielperson darf nicht sterben Ich muss ihn verfolgen Du fährst in Copelands Camp Und ballerst da ein bisschen rum, hm? Willst ein paar Leute um Steckst dir das Zeug ein Und fährst wieder weg, hm? Was machst du? Du musst einkaufen Oder schieb dich denn? Komm, Dick! Ja, aber wie kann ich dann schießen? Beikampf! Tippe auf dein Bike R1 L an, um das Ziel anzuwiesen Tippe dann zum Abfeuern einer Ah ja, okay Leider habe ich keinen Boost Komm, Leute, schick dich! Wer soll zur Hölle fahren! Boah, was Verdammt! Ach, Mann! Oh, der ist aber schnell unterwegs Ey, auf jeden Fall Ich bin gar nicht hinterher Mit meiner Lammkiste hier Glaub ich hab ihn Ich hoffe, er ist jetzt nicht tot Okay Was, was hast du? Mieser Scheißkerl! Hey, nein, 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 nein! Tja, Cobb sieht das nicht so gerne Und ich, wenn ich ehrlich bin, auch nicht Läs Drifter schlecht dastehen Und wenn du Manny erwischt hättest, hm? Wer repariert denn mein Bike, du blödes Arschloch? Fein Regen Du arbeitest für Cobbland Du Arschkriecher! Was bist du? Mein Arschkriecher! Ist das mein Bike? Nein Voll auf Droge Wunderbar Gibt's natürlich schön Punkte Das gefällt uns Oh, individueller Akzent Geil! Es ist erledigt Ich hab ihn Schreib die Koordinaten auf Und schick deine Männer her Hörst du zu? Hey! Lebt er noch? Hey Drifter! Ja, noch lebt er Drifter! Aber ich kann nicht versprechen, dass das noch lange so bleibt Dicken Ende Sag ihm! Sag ihm! Sag ihm! Sag ihm Drifter! Sag ihm! Sag ihm! Ich hab gesagt! Oh! Halt's Maul Halt's Maul Halt's einfach's Maul Rosa, bist du da? Ich wollte nur hören, wie es dir geht Ja, denk ich hören Schön durchhalten Sobald er dir den Arm gepflegt hat, fahren wir nach Norden Wie du gesagt hast Warm Ah Ich vermisse die Straße Ah Erhol dich erstmal, Röntgen Ich muss nochmal an dem Bike rumschrauben Und wir holen uns neue Ausrüstung Aber sobald du wieder fit bist, hauen wir hier Ach, der gute Booser Ich hoffe, er kommt durch Oh, wir fahren die falsche Richtung Das ist doch Machen sich auf jeden Fall viele Leute Gedanken um den guten Booser Viele Fragen nach, wie geht's ihnen Okay, hier ist das Oh, das Camp ist voll von denen Ah, ja Nein, nein Du musst das Bike hier lassen, Dick, sonst Sonst lockst du die noch alle an Okay Noch mehr von euch? Japp Oh! Hm, das geht bestimmt Okay Okay Freaker Infizierungen Freaker Infizierungen sind äußerst gefährliche Gebiete, in denen sich Freaker versammeln, um ihre Nester zu bauen und am Tag zu ruhen Räume alle Nester bei einer Infizierung, um eine Schnellreisestation zu erhalten Ah, ja Okay Okay, das ist also infiziertes Gebiet hier Okay Okay, ich muss diese Mistviecher herstellen 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 Okay, haben wir Ich brauche auf jeden Fall eine Keule Wunderbar Gucke ich mal, ob ich hier wieder schön mit Nägel irgendwas machen kann Okay, hier können wir auf jeden Fall noch Verbände herstellen Ähm Herstellen Jawoll So, jetzt habe ich eine schöne Keule wieder Hier haben wir einen Molotow Okay Feierfrei Wie gefällt euch das, hm? Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon! Na los, ihr Scheißkerle, kommt schon! Oh, fuck! Gucke mal, ob ich hier irgendwie Oh, fuck! Oh, Gott! Willst du uns heilen? Okay Eines weniger Wie viele sind's noch? Oh, shit! Jetzt! Oh, fuck! Die halten aus, Alter! Jawoll! Die halten echt heftig aus, also im Nahkampf Wahnsinn Mir kommt's auch so vor, als ob die immer stärker werden Okay, wir gucken mal, ob wir hier noch irgendein Nest haben Aber wenn das hier Freaker-Gebiet ist, beziehungsweise infiziertes Gebiet So eine Rohrbomben, die passen ja auch immer ganz gut Aber ich glaube, das war's jetzt hier mit infiziertem Gebiet Zumindest Zumindest hab ich das Nest Das stört Ihr merkt schon, Freunde, ich bin total Hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Ah ja, hier ist ein Lager, okay Ah ja Ja, okay Okay Okay, hier ist ein richtig großes Lager Hier muss ich irgendwie was reinschmeißen, oder? Gott, verdammt Ist das hier euer Scheißhaus? Großer Gott Okay, ich muss aufpassen, ich muss aufpassen Ganz schön kalt draußen, hm? Da heiz ich euch ein bisschen ein Den Riesenlager Den Riesenlager Erschwört euch aus Ich höre dir gleich drauf Oh fuck Oh fuck Da bin ich das erste Mal drauf gegangen Oh fuck Oh fuck Nein, Dick. Warte bis abends. Da sind weniger Freaks in den Nestern. Abends sind weniger Freaks in den Nestern, okay. Ah ja. Ich kann nicht brauchen. Okay, wie kann ich das am besten machen? Wie komme ich da am besten rein? Oh, ein Lager. Ja, hier würdet ihr euch doch bestimmt wohlfühlen, oder? Ich probiere es einfach mal. Boah. Na, wie ist das? Mein Gott. Kann man da nicht oben rauf irgendwie? Ah ja. Kann da oben rauf. Ah ja. Halt. Halt. Mein Gott. Okay, wieder heilen. Okay. Wir müssen hier was herstellen. Molotows herstellen. Sonst kann ich nicht mehr mehr herstellen. Okay. Ich habe mal ein Kantholz. Das ist die reinste Todesfalle. Salud. Oh, verdammte Freaks. Was zum Teufel macht ihr hier drin? Oh, hier gab es Benzin. Terosin. Schläger. Okay. Probieren wir es mal. Herstellen. Fuck. Rafa. Komm schon, Leute. Rafa. Oh, fuck. Ich sehe nichts, ey. Rafa. Ganz schön kalt draus. Nein, ich bin in der Falle. So, okay. Erstmal healen. Oh, wie geil. Jetzt werden die Mistviecher mir noch hinterher. Kacke. Das waren alle hier drin. Fast leer. Das waren alle hier drin. So. Ich glaube, hier haben wir alle. Jawoll. Sauber. Gucken, ob wir da oben noch. Was haben wir hier? Wenn man hier so alles finden kann, das ist schon Wahnsinn. So, auf geht's zum Bike. Mal schauen. Ich glaube, dass wir jetzt hier weit fertig sind. Wir müssen uns jetzt scheinlich auf der Karte wieder was Neues suchen. Wo wir hinfahren. Ich lasse das Bike mal hier nochmal stehen, weil eigentlich müssten wir ja die Info bekommen, dass wir hier durch sind, oder? Müssen wir die Mistviecher hier noch alle töten? Ich weiß nicht. Okay, Munition. Alter, die sind gut. Alter, krass. Ich habe keine Munition mehr hier. Heißt es jetzt, dass wir das jetzt hier gemeistert haben? Ich weiß es nicht. So, was ist das jetzt hier? Er ist mein Bruder. Zerstöre die Nester. Das ist auf jeden Fall ausgewählt. Mission auswählen. Abwählen. Okay. Karte anzeigen. Ja, da bin ich ja dran. Aber dann muss es hier wahrscheinlich noch irgendwas geben. Sechs Nester brauche ich. Ich brauche noch irgendein Nest. Oh Gott, scheiße. Oh Gott, scheiße. Okay. irgendwo muss noch ein Nest sein. Wo? Wo ist hier noch ein Nest? Okay, Bierflaschen. Das sind wahrscheinlich immer leere Flaschen, oder? Ah, ich kann aber keine Molly-Sets jetzt gerade mehr herstellen. Ich würde sagen, dass hier drinnen noch was ist. Was? Oder? Aber wo soll dieses Nest sein? Hier kann es nicht mehr sein. Nestrückstände. Ja, wo ist jetzt hier noch dieses eine Nest, was ich noch finden muss? Da drüben kann es nicht sein. Das haben wir. Das ist am Tag. Gibt es doch nicht. Hier muss doch irgendwo noch ein Nest sein. Laut Karte. Was ist da? Mal gucken. Halt. Warte mal, wo bin ich denn? Was ist hier? Ja. Auch noch ein verficktes Nest. Wo ist es? Ich muss einen Molli hier noch herstellen, aber womit denn? Kann der da drüben sein, ja. In der Mitte muss ein Nest sein. Oh ja, ein Nest. Okay, ihr schlaft einfach schön weiter, ja. Beachtet mich gar nicht. Ah, ich brauch Benzin. Ich brauch auf jeden Fall Benzin. Also hier ist ein Nest drin. Ja, da ist es. Ich brauch aber Benzin, weil sonst kann ich keine Mollis herstellen. Und jetzt find mal Benzin. Oben vielleicht. Ah, was war das? Oh, Machete. Das ist nice. Hier ist Benzin. Okay, jetzt können wir. Hier ein Molli reicht. Und hier ist das Nest drin. Dann holen wir uns dieses verfickte Nest noch. Oh, da haben wir das. Dann haben wir das geritzt. So, warte. Zack. Na gut, Jungs und Mädels. Dann mal raus. Da kommen sie auch schon. Wollen wir. Natürlich jetzt am Angriff ist sowas immer echt wie so. Den haben wir geköpft. Nice. Oh, das ist der Nächste. War das das Letzte? Na, endlich. So aus. Und den holen wir uns noch? Rosa, das ist erledigt. Die Nester sind zerstört. Ab jetzt sollten weniger Freaks auf der Welt sein. Hey, Dick. Wie war's? Gab's da? Gab's da viele von denen? Ja, aber ich wollte es machen, solange es noch hell ist. Du weißt ja, sie mögen keine Sonne. Ja, das ist wohl die richtige Methode. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du's gemacht hast, Dick. Ist hier draußen wohl doch ein paar Sachen gelernt. Da ist es. So, Busa. Becken Ende. Wir haben hier draußen einiges gelernt. Einiges. So, auf zum nächsten Punkt. Mal gucken, was uns denn da so Schönes erwartet. Auf jeden Fall wieder Heels-Stuff. So, wie wir was Schönes herstellen können. Oh, da ist der Wolf. So, wo fahren wir jetzt eigentlich hin? Ich würde mal kurz gucken. Ups. Fettfingert. Ah ja. Okay. Das ist auf jeden Fall noch ein langer Weg. Liebe Freunde, an dieser Stelle möchte ich mich bei euch fürs Einschalten und verfolgen. Dieses Let's Plays bedanken und falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich, wie immer, über eine Bewertung und einen Daumen nach oben sehr, sehr freuen. Ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben. Immer schön lecker bleiben. Ciao. 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 Untertitelung. BR 2018